So weit! Wir bekommen wieder Welpen! Also nicht wir, ich helfe eine Freundin. Da ist es jetzt schon losgegangen. Die Welpen kriechen schon raus und ich versuche jetzt noch zu unterstützen. Sie hat gar nicht mitgekriegt, dass der erste schon gekommen ist, weil die nämlich fünf Tage zu früh sind. Also viel Spaß! Musik 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Amen.